Mein Vater hat mich meiner Kindheit sexuell missbraucht. Ich fühlte mich mir ausgeliefert, hatte große Angst vor ihm. Als Jugendlicher habe ich mich oft selbst verletzt. Mit Hilfe meiner Sachwalterin ist es mir gelungen, gegen ihn auszusagen. Er hat zehn Jahre Gefängnis bekommen und ich konnte mich endlich sicher fühlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017